Du willst den Winter weiterhin gesund überstehen? Dann schau dir jetzt gut zu. Als erstes schneiden wir unser Gemüse in munkerrechte Stücke. Olivenöl. Dünsten unsere Zwiebel glasig an. Ergänzen mit Knoblauch, Stangen, Sellerie und Karotten. Unserem Lauch. Braten alles gemeinsam für vier bis fünf Minuten an. Zum Schluss Kartoffeln und Kohlrabi. Für die Würze gut salzen, Pfeffer, ein paar Lobeblätter und frischen Thymian. Löschen mit Wasser ab. Und lassen unsere Suppe für ca. 30 Minuten köcheln. In der Zwischenzeit schneiden wir unser Brot. Rüsten es beidseitig. Schön mit Knoblauch einreiben. Gemüsesuppe. Schmeckt köstlich plus du bleibst gesund. Was will man mehr? Guter. Bisschen Käse geht noch.